Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, ich war die letzten Folgen ein bisschen down und zwar lag das daran, dass ich ultra lange aufgenommen habe und ich das Spiel langsam leid war. Vor allen Dingen, weil ich dachte, wir kommen dem Ende immer näher. Deswegen hatte ich mich ja in der vorletzten Folge ja nicht verabschiedet und auch nicht begrüßt, weil ich dachte, nimmst du jetzt die Stunde mit auf. Nicht, dass du nachher irgendwie wechselst oder einen Cut machst und dann hast du nur noch 15 Minuten, dann musst du wieder schneiden. Ja, auf jeden Fall habe ich dann jetzt aber mal im Internet geguckt, weil ja, ich wollte eigentlich wissen, wann ist denn jetzt das Ende? Ähm, es dauert noch ein bisschen was. Also nicht mal allzu viel, aber das jetzt hier mit dem, mit der, mit dem Sieg von diesen Flavius, das war nicht das Ende. Da kommt noch ein bisschen was. Ja, und ich bin einfach mal gespannt, was da kommt. Ah, da 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 da. Das ist ja nicht mehr weit. Ich weiß gar nicht mehr. Kräuter. Achso, ja, ach, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Genau. Wir haben ja die eine zu diesen Treffen geschickt. Und ich klau mal, im Kiel das Pferd. Und sollten jetzt aber so einen komischen Typen, den wir schon einmal gerettet hatten, ja, ähm, finden. Cool. Der ist Kräutersuchen. Er ruht sich aus oder er wartet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch, dass hier sehr viele Schlangen waren. Aber mit dem Pferd sollten wir das eigentlich ganz gut hier durchschaffen. Wieso versteckt er sich da oben? Irgendwas ist hier. Oh. Das war knapp. Wir haben hier einen Löwen. Wir haben hier noch einen. Hier waren auf jeden Fall mehr als einer. Ist er jetzt abgehauen? Hilfe! Hilfe! Bring doch diese Bieste um! Ach, da hinten ist der andere. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, da waren zwei. Du, du hast mich schon mal gerettet. Ich dachte, du wärst ein Traum. Du bist ein Freund von Praxila. Du steckst sehr regelmäßig in Schwierigkeiten. Ja, die Pflanze offenbart, was in den Samen steckt. Ich werde in Zukunft besser auffassen. Danke, Beschützer! Toll. So, die muss ich jetzt treffen bei den Tempeln von Apollon. Ach ne, Apollons Orakel. Ja, hier haben wir aber nichts. Wo sind wir denn hier in der Nähe von wo wir hier? Wir könnten von der Arena aus. Ja, wenn es natürlich noch ein bisschen lange, also noch ein bisschen länger dauert als gedacht, dann können wir auch noch die ganzen Nebenquests mitmachen. Äh, ne, ich, ähm, Aktivität definitiv beenden. Denn ich, nur weil ich zur Arena wollte, heißt das nicht, dass ich auch in die Arena wollte. Ähm, das dagegen nannte ihn Bastard oder Auletes den Flötenspieler, denn das tat er sehr gerne. Aber das Vater nannte sich selbst, der, ne, 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 Hekatur, die Rede verkauft, enthält die Waffen oder ein Schild der Seltenheitsstufe, selten oder legendär oder manchmal etwas noch wertvolleres. Lässt du dieses Angebot nicht entgehen? Das könnten wir eigentlich mal tun. Wir könnten wirklich mal nach ihm gehen, also nach ihm gehen und gucken, ob er uns irgendwas anzubieten hat, obwohl ich, glaube ich, ziemlich gut ausgerüstet bin. König und Hure. Obwohl, das kommt, das kann ich nie. Wie gesagt, ich halte Kleopatra nicht für eine Hure. Also, das war sie meines Erachtens definitiv nicht. Klar, sie hat mit sehr vielen Männern geschlafen, aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen. Ach ja, ich bin ja mit Kamel unterwegs. Sie hat mit vielen einflussreichen Männern geschlafen. Und das auch nur aus einem bestimmten Grund, nämlich für Macht, Geld, Armeen und um ihren Willen natürlich zu kriegen. Eigentlich hat sie die Männer nur benutzt und nicht andersherum. Am Ende ist natürlich ihr Reich doch zerfallen und sie hat sich ja das Leben genommen. Aber eigentlich nur um einen Standpunkt zu besetzen. Ich finde es, ja, wie gesagt, ich halte sie nicht für eine Hure. Ich finde eigentlich, dass sie eine der klügsten Frauen überhaupt war. Denn sie hat es mit Taktik und Geschick gemacht. Aber das ist halt meine Meinung. Ich weiß halt natürlich nicht allzu... Ja, da wollte ich auch gar nicht hin eigentlich. Ich wollte nach da oben. Wie komme ich denn da hin? Aber mit dem Kamel, das sieht so dumm aus. Ja, wie komme ich denn da hin? Einmal hier hoch bestimmt, oder? Jawohl. Hoch, hallo. Sorry, Leute, war abgelenkt. Was machst du denn da auf dem Stein? Vorsicht, ich reite hier. Oh. War deine Schlange? Ja, ja, Diocles, ich verstehe dein Argument. Doch Funktion soll... Du hast uns zusammengeführt, Bayek. Kyrenes Triumvirat. Vorboten eines neuen Friedens für diesen Außenposten von Rom. Jeder denkt, sein eigener Horizont sei die Beschränkung der Welt. Doch durch dich haben wir ein größeres Ziel gefunden. Und Praxila und ich werden heiraten. Diocles, ich habe noch nicht ja gesagt. Ein Garten und eine Bibliothek ist alles, was man braucht. Doch nun ein Toast. Auf Bayek und Kyrene. Auf Frieden und Ordnung. Auf die Liebe und Hochzeiten. Waden pace, Kyreneika. Waden pace. Ja, die Stufe erreicht, aber dein Vortritt ist damit nicht... Also kommst du zurück nach Balagrae mit mir? Wenn du dort unser Heim bauen willst? Man könnte dort viel Gutes tun. Wir haben einen schönen Jagdbogen gekriegt. Jagdboden. Den haben wir eigentlich hier. Ach, gucke mal. Ach, das ist natürlich... Ach, den habe ich, hä? Den verstehe ich jetzt nicht. Ach so. Nee, ich wollte doch hier hin. Ach ja. Genau, der ist gleich geblieben. Bogenarrasch. Ah, den habe ich aber am besseren schon. Ah. Geht aber mehr Schaden hier. Ja. Nee, ich bleib dabei. Sorry, aber das tue ich jetzt auf jeden Fall wieder hier tauschen. So, 82 haben wir da. Ich habe momentan nichts, was höher ist. 85. Könnte ja was Schweres draufhauen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Ah, schwer habe ich auch nicht im Angebot wirklich viel. Da haben wir 83, da habe ich schon die 85 im Angebot. Und das war's. Jetzt gucken wir mal. Fähigkeiten, da habe ich nur einen Punkt. Ja. Na, einen Punkt, was mache ich denn mit dem? Okay, jetzt Quests. Äh, nee, Karte erst mal. Gucken wir uns erst mal hier um. Haben wir hier noch irgendwo was liegen? Irgendwas noch zu machen. Außer das mit so weg. Nein, haben wir nicht. Okay, dann die nächste Quest. Was ist das mit der Ausrüstung? Habe ich alles gemacht. Der letzte Mechai. Da muss ich da hinten hin? Jetzt habe ich auch da. Die müssen nach Alexandria. Es ist, ich hatte doch echt, das ist Alexandria. Ich hatte erst gedacht in, äh, vor ein paar Folgen, ich hätte mich vertan, dass das doch nicht Alexandria ist, die große Stadt da. Aber, ähm, doch war sie. Ich habe morgen einen Zahnarzttermin. Ich habe so keinen Bock, ey. Ich weiß, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich hasse Zahnarzt. Oh, ich habe keine Angst davor oder so, aber ich hasse es, da hinzugehen einfach nur. Oh, ich hasse das so sehr. Na, Pferdchen. Ich klau dich mal. Ich denke nicht, ich handel nur. Okay. Wo sollen wir denn hin? Was denkst du dir dabei? Aha. Wie? Nee. Ist das unser Geheimversteck? Nee, oder? Da kam mir doch woanders raus, oder nicht? Oder? Ich war es nicht mehr. Doch. Äh, nee. Doch, ist unser Geheimversteck. Es ist so lange her. Flavius ist tot. Ich habe viel durchgemacht, um unseren Sohn aus der Duat zu holen. Remu hat nun Frieden. Möge er durch die Gefilde der Binsen wandeln. Ich fahre nach Rom um. Rom? Hast du immer noch diese närrischen Ambitionen? Ich habe Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht. Ah ja? Du vergeudest deine Energie. Du bist der berühmte Magi. Phanus spricht die ganze Zeit von deinen Heldentaten. Ich habe eine Gruppe gesammelt. Das sind Brutus und Cassius, unsere römischen Brüder. Wir erledigen diese verfluchten Bastarde aus Übersee. Septimius und Cäsar. Der Orden ist nicht mehr nur ein ägyptisches Problem. Herrscht Kleopatra denn noch? Es gibt keinen Herrscher in Ägypten. Es ist der Gnade von Tyrannen ausgeliefert. Unsere Königin hat uns für Rom verlassen. Hier hat sich nichts verändert. Memphis wird vom Orden kontrolliert. Arya, wir brauchen dich. Für Arya geht es mittlerweile gar nicht mehr um ihren Sohn, sondern um was ganz anderes. Doch, da ist er sicher gut aufgehoben. So kann ich es nicht enden lassen. Ah ja. Diese verfluchte Sphäre sollte für immer versteckt werden. Sie bringt nur Schmerz. Wir kennen ja Brutus. Brutus war ja derjenige, der Cäsar verraten hat, ne? Man stellt Brutus ja meist mit Judas gleich. Also, aber wir gucken jetzt mal. Phanus hat recht. Ich sollte mich mit Apollodorus treffen. Er glaubt, dass Achaion involviert ist. Ich muss mich in sein Quartier schleichen. Die Maske ist einer von ihnen. Achso, das hatten wir schon. Ja gut, das hatten wir schon. Hier ist nichts, was ich noch angucken könnte. Da war ich überall. Ja. Hier ist auch nichts. Sind die jetzt alle weggegangen? Das ist ja nett. Wo sind die denn jetzt alle hingegangen? Sprich, ein letztes Mal mit Aya? Was? Wieso ein letztes Mal? Hallo? Wieso letztes Mal? Verstehe ich nicht. Haut die ab? Aber hä? Wer bringt denn dann die Geschichte zu Ende? Ist das das Ende? Habe ich mich geirrt? Hä? Also wir sind auf jeden Fall vollkommen ausgerüstet. Kleidung. Pferd. Bogen. Schild. Schwerter. Oder Schwert. Wie man es sehen möchte. Äh, Garnisons. Sperrgebiet. Äh, es gefällt mir nicht. Oh. Oh. Äh, ich mach mal schnell. Stirb, du Sau. Ich will nur hier weg. Nein. Oh, bitte, bitte. Ich will nur hier weg. Ich will nur weg. Schwerter. Alten schießwütigen die. Haha. 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 Du kannst nicht schießen, oder, Junge? Oh, jetzt sind es nur zwei. Huchala. So, Schild. Check. Schwert. Check. Schwerter. Check. Zwei Bogen. Bögen. Bogen. Check. Ähm. Pferde. Check. Äh, ich bin aufgeladen. Ich hab ne gute Rüstung an. Ich hab ein schönes Pferdchen. Wir sind Stufe 40. Wir haben alle Nebenquests erledigt, außer das mit diesem Sobek und mit dieser Sonnenuhr, weil ich hab das auch mal so nebenbei versucht zu lösen. Ich hab's einfach nicht hingekriegt. Bin zu dumm. Müsst ihr leider bei jemand anderem gucken. So. Sprich, ein letztes Mal mit Arja. Wieso ein letztes Mal? Sehen die beiden sich nie wieder? Oh mein Gott. Oh, ist das mir ja schön. Gucke mal. Aber bis jetzt eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Lieblingsteil von Assassin's Creed. Ich will immer Assassin's Creed sagen. Ich weiß nicht. Jetzt haben sie bestimmt noch mal Sex. Unsere Siege haben sich vervielfacht. Unsere Liebe nicht. Wie sollte sie das auch? Alles hat immer gegen unsere Liebe gesprochen. Du hattest recht. Es geht um etwas Größeres. Unsere Liebe lebt in der Duat. Aber jetzt lassen wir sie los. Lass die Götter entscheiden. Die Götter sind tot. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Diese Finsternis war nicht umsonst. Es war falsch, so leichtfertig in der Öffentlichkeit zu töten. Wir müssen im Schatten arbeiten. Ägypten ist gefallen. Griechenland auch. Und Rom wird auch fallen. Alle fallen durch uns. Und doch wird es niemand wissen. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Aber sie erfahren nie, wer wir sind. Kalte, berechnende Todespoeten. Damit kann ich leben. Schließlich bin ich kein Vater mehr. Und auch kein Ehemann. Und ich bin kein Magi. Ich bin ein Verborgener. Wir sind die Verborgenen. Wir schärfen unsere Klingen und lassen die Hoffnung sprießen auf dieser schlechten Erde. Und ich bin ein Verborgen. Bayek von Siva. Wofür willst du stehen? Ein neues Bündnis. Unseres ist vorbei. Das Zeichen. Aber Moment. Die lieben sich nicht mehr? Hä? Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Das müssen nicht deine letzten Worte sein. Wer zum Teufel bist du? Kommt dir der Name William Miles bekannt vor? Der Assassine? Dann weißt du, wer ich bin. Wir, die Assassinen, haben dich beobachtet. Es ist ungewöhnlich für eine Angestellte von Abstergo, sich für Revolutionen zu interessieren. Da hast du recht. Wir wissen von deiner Arbeit mit dem Animus. Erstaunlich, was du und Diana geschafft habt. Die? Sie haben euch reingelegt, oder? Sophia Rickin hat euch so viel versprochen. Das reicht. Wir reden nicht über sie. Gut. Es gibt genug anderes zu bereden auf unserer Reise nach Alexandria. Du glaubst, dass ich dich begleiten werde? Tja. Welche Optionen hast du denn? Du kannst mich begleiten. Oder du kannst hierbleiben und den Totentanz nochmal tanzen. Und nochmal, bis du einen Fehler machst. Sie brauchen nur einen Fehler. Du kannst nicht zurück in dein altes Leben, Layla. Das hatte ich nie vor. Aber du könntest endlich mitarbeiten am Animus-Projekt. Unsere Version davon. Und bei uns steht es dir immer frei, alles auf deine Art zu machen. Der Tod der Liebe. Oh, das schüttelt es mich richtig, ey, wenn ich sowas lese. Keine Schmerztabletten mehr. Ein Balken. Ein halber Balken. Der Animus ist die beste Art, dem Typ aus dem Weg zu gehen. Ja, aber ich will mal gucken, ob wir da noch was haben. Mich dazu bringen, mit anderen zusammenzuhalten. Hm, Sophia, ich habe lange genug versucht, mir selbst etwas zu beweisen. Jetzt muss ich meines... Beigen Eier, sie haben die ganze Arbeit für Clio gemacht. Was bekommen sie dafür? Sie bleiben zurück mit einer Ziehscheibe auf den Rücken. Tja, das Gefühl kenne ich. Ach, schön. Ihr könnt ja selber lesen. Die Sphären, der starb. Ich frage mich, ob die etwas mit diesen Nachrichten zu tun haben, die Balk gefunden hat. Siehe, empfehle ich schon. Faktdateien. Ich muss das herausfinden. Irgendwie ist damit... Bayek und Arya trennen sich. Ich könnte heulen und schreien, aber ich weiß, was beide fühlen. Das ist scheiße. Ich habe buchstäblich beide Seiten der Geschichte erlebt. Naja. Arya wusste es. Ich glaube, sie wusste seit Hemus Tod, dass so etwas passieren würde. Aber Bayek? Er hat wirklich geglaubt, er könnte alles wieder in Ordnung bringen. Man kann den Tod seines Kindes nicht wieder in Ordnung bringen, Bayek. Keiner kann das. Nichts kann das. Arya tut, was sie sich ausgesucht hat. Bayek tut, was er tun muss. Ich frage mich, ob das der Moment ist, nachdem Abstergo gesucht hat. Ein Schlüsselmoment der Geschichte. Ich bin wütend und traurig, aber das ist es. Deshalb hat alles angefangen. Ein Unschuldiger ist gestorben. Hier sind ein paar dumme Notizen zu all den dummen Gefühlen. Arya wird nach Rom gehen. Brutus und Cassius werden ihr helfen, dort eine Organisation aufzubauen. Sie wird Cäsar und Septimus ausschalten. Sie verdienen es. Ein Assassinenbüro. Es wird in Rom gegründet, wegen Aryas Mission. Sie nennen sich die Verborgenen. Sie sind die Bruderschaft. Die Assassinen. Das ist es. Ich bin so müde, dass es alles vor einer Ewigkeit passiert und ich fühle mich so, so, du fehlst mir die. Ich muss mal gucken, ob ich das alles nochmal so zusammenfasse. Aber mit Lesen, ey, das ist echt nicht so meins. Also ich kann lesen, so ist es jetzt nicht, aber ich kann nicht dieses vorlesen. Ich verhaspel mich dann immer. Ich finde doch nicht, dass das schön ist für euch dann. Ich finde, es ist viel schöner, wenn ihr euch das selber in Ruhe durchlest. Final Fantasy. Ein Mogri. Ich wusste doch, dass der Kaktus was mit Final Fantasy zu tun hat. Ich wusste es. Ja. Du gehörst aber sowas von zu Final Fantasy. Was bedeutet das? Was soll das? Halt doch mal Abstand, ja? Diese Modifikationen sind brillant. Was du mit der Dialyse-Einheit gemacht hast. Du musst Rebecca kennenlernen. Ihr zwei wärt ein Mords-Team. Und dann würdet ihr wahrscheinlich jemanden ermorden. Ja. Dich. Auf den Helikopter, der uns abholt. Er ist in einer Stunde hier. Geh wieder in den Animus, wenn du willst. Ich weiß, wie verlockend er sein kann. Ich glaube, ich habe da noch etwas zu tun. Dann gehen wir halt mal wieder in den Animus. Animus-mus. Mus-mus. Mus-mus. Die gute Senno. Vergiss nicht, Senno von Zeit zu belohnen. Sie arbeitet Tat und hat sich etwas Lob verdient. Hä? Wie denn? Ist das für Foxy das? Ein Geschenk? Nein. Ein Relikt. Ich will nicht darüber reden, Damastis. Ist das nicht wahr, Jax? Überlass es mir. Ich bringe es selbst zu Foxy das. Er liebt solche Dinge. Ich töte dich. Wie wär's damit? Ich bin nicht in der Stimmung für Diskussionen. Im Morgengrauen passierten wir in Nerpolis. Bei starkem Winter reiste das Forum Romanum in... zwei Tagen. Es ist auszumischen euch, hm? Ich spüre es. Keine Entscheidung ist einfach. Du bist eine Auserwählte. Und nun bist du frei. Haha, wie ich. So beginnt ein neuer Tag. Warum steuern wir jetzt... Moment, ich muss das mal eben kurz stoppen, Leute. Kann es sein, dass nicht Bayek den Assassinen-Orden gegründet hat, sondern Arya? Und dann frage ich mich noch da. Das würde erklären, warum wir sie jetzt zuletzt spielen. Aber... Das macht mich gerade auch ein bisschen wütend, weil wie ich schon in vorherigen Folgen gesagt habe, wo ich dachte, es wäre zu Ende, ähm, finde ich das ziemlich verarsche. Weil, wie gesagt, wir haben Bayek ausgerüstet. Wir haben Bayek Fähigkeiten verpasst. Wir haben Bayek hochgelevelt ohne Ende wieder. Und wir haben die ganze Zeit mit ihm gespielt. Und nun sollen wir Arya spielen? Äh, was für ein Sinn. Normale Fahrt! Nö, wir legen mal einen Gang zu. Nö, aber lass deine Deckung nicht fallen. Wir müssen annehmen, dass sie uns erwarten. Du klingst ganz begeistert. Begierig, alter Mann. Begierig, den Abschaum zu erledigen. Und mich dem nächsten Abschaum zuzuwenden. Unendlicher Abschaum. Das ist die Welt, in der wir leben. Ach, das sind Vögel. Ich dachte gerade, was ist das denn da oben? Vom Weitem sah das erst auf die Pfeile. Ach, jetzt sehe ich sie. Wir sind entdeckt worden! Die Fackeln rufen die Flotte herbei. Bereitet euch vor! Na toll, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Können wir die einfach durchsegeln? Da kommen sie! Vorwärtsmänner, bedeckt die See mit ihren Schiffstrümmern! Die Ruder! Alala! Alala! Erhöhnt die Schlagzahl! Ach, nein! Ach, nein! Feuer! Deckung! Wir werden angegriffen! Feuer! Erhöhnt das Tempo! Sachte, Senu! Normale Fahrt! Wir werden angegriffen! Leichte Schlagzahl! Versenken? Ach, so soll die versenken. Sachte, Senu! Sachte! Feuer! Feuer! Aufgehend! Normale Fahrt! Normale Fahrt! Bereit zu feuern! Auf geht's! Feuer! Fahrt an! Normale Fahrt! Deckung! Bereit zu feuern! Wir werden angegriffen! Ah, die Lieder, die man über uns singen wird, wenn dieser Tag zu Ende ist! Wenn das geschieht, Foxy, das, wickele ich mich in Seetam wie eine Sirene und singe lauthals mit! Ich nehm dich beim Wort! Glaub mir, du würdest es bereuen! Bring wir's hinter uns! Feuer! 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 Ich kann nicht... Wir werden angegriffen! Ach, ist nicht super, ey. Feuer! Feuer! Ha, ha, ha! Noch eine versenkt! Jetzt wartet nur noch eine auf den Abgrund! Schöne Sache. Rudert schneller! Wohin? Keine Ahnung. Sie hetzen Feuerschiffe auf uns! Was? Was gibt's? Götter. Unsere Flotte ist zu dicht formiert! Sie erwischen uns! Wir sind in der Unterzahl! Da sind zu viele Höllenschiffe! Wir versenken sie, bevor sie uns erreichen! Wenn sie uns treffen, sind wir erledigt! Versenkt sie! Okay, meine Lieben, aber ich mach jetzt erstmal Schluss und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal! Und da ist zum nächsten Mal! Ich schloss.